Herzlich willkommen, Johannes Vogel. Der amerikanische Bio-Philosoph Michael Ruse sagt, ich zitiere, die Evolution geht ziemlich langsam nirgendwohin. Hat er recht? Absolut. Das ist die Sicht von Biologen auf Evolution. Und da muss man unterscheiden. Es gibt einmal die Sicht der Gesellschaft auf Evolution. Und da wird geglaubt, es gibt ein Ziel. Evolution hat einen Zweck, ist gerichtet. Und dann gibt es die Sicht der Biologen. Und die ist, dass Evolution die Veränderung von Allelfrequenzen über Generationen hinweg ist. Das heißt also, Evolution für uns ist Genetik plus Zeit. Und das bedeutet langsam und nirgendwo. Kein Ziel, aber es geht vorwärts. Aber nirgendwo bedeutet auch ohne Sinn und Zweck. Absolut. Nirgendwo bedeutet auch philosophisch. Letztendlich spielt nichts eine Rolle. Das Chaos regiert, das Chaos, mit dem wir überhaupt keine Kontrolle haben, unbeeinflussbar ist. Stimmt das dann? Jein. Es ist ja, also, wir reden jetzt über die belebte Welt. Und die belebte Welt entwickelt Dynamiken. Das heißt, wenn etwas sich verändert, dann hat das einen Einfluss auf die Umwelt. Und wenn es einen Einfluss auf die Umwelt hat, dann schafft die Umwelt wiederum Bedingungen, die Organismen dazu zwingen, sich höchstwahrscheinlich diesen Bedingungen anzupassen, um sich besser fortpflanzen zu können. Das heißt, also, eine vielleicht interessante Analogie ist, Evolution ist, wie wenn man auf einem Trampolin spazieren geht. Das heißt, wenn ich einen Fußabdruck hinterlasse, entstehen woanders wieder Hügel und dann muss ich die wieder erklimmen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht zielgerichtet, in dieser Landschaft zu laufen, sondern es ist das Wechselspiel zwischen der Entwicklung eines Organismus durch Zufall, was dann Veränderungen in der Umwelt bedeutet. Und diese Umwelt könnte dann dazu führen, dass sich die Organismen wieder anders anpassen müssen. Ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen und stellen mir gerade, während ich hinzugehört habe, die Frage, warum gibt es überhaupt Evolution? Ah, ganz einfach. Im Leben, wir alle, und das ist das, also das, das ist vielleicht schwer für Menschen, verständlich ist, ist, Leben ist etwas, was wir bisher nur von der Erde kennen und all dieses Leben hat einen einzigen Ursprung. Das heißt, Leben ist auf der Erde, soweit wir das wissen, nur ein einziges Mal entstanden und diese Geschichte, diese 3,5 Milliarden Jahre alte Geschichte verbindet uns mit jedem anderen lebendigen Ding auf dieser Erde. Und das ist eigentlich der Rahmen, in dem alles passiert. Dann gehen wir mal weiter und spinnen das fort. Sie haben gerade über die paar Milliarden Jahre gesprochen, paar Milliarden Jahre. Ich meine, der normale Mensch wird 70, heute, früher 40, 50. Der älteste Beleg für den Homo Sapiens, bitte korrigieren Sie mich, 300.000 Jahre? Vielleicht, vielleicht ein bisschen älter, es kommt darauf an, also es werden ja immer wieder neue Menschenfunde oder auch Funde gemacht, die zeigen, dass dort der moderne Mensch gelebt hat, das kann auch, das kann auch ein bisschen mehr als 200.000. Also seien wir mal mit 100 Millionen Jahre großzügig, aber verglichen mit dem Alter der Erde gibt es den Menschen einen kurzen Augenblick erst. Was bedeutet das, wenn wir beide auch sprechen, aus der Sicht des Menschen, wenn wir über Evolution überhaupt sprechen? Das Tolle an Evolution ist, und das ist, glaube ich, auch das Revolutionäre, was Darwin sozusagen in die Welt gebracht ist, ist, dass es uns wirklich das erste Mal eine Theorie gibt, mit der wir erklären können, warum es uns gibt, warum es uns so gibt, wie es uns gibt, und was die Kräfte sind, die uns geprägt haben, die uns geschaffen haben und die uns vielleicht auch in der Zukunft schaffen werden. Und wir sind ein, wir nennen uns Homo Sapiens, das heißt, wir sollen angeblich wissend sein, weise, und das heißt, wir sind höchstwahrscheinlich die erste Art, die darüber reflektiert, warum es uns gibt und wir es uns gibt. Sie haben sich irgendwelche Komplimente, Adjektive und Sonstiges und wissen deswegen noch lange nicht sein, was sie sich vorgeben, aber ich würde trotzdem nochmal dann doch eine andere Perspektive mit demselben Gedanken versuchen. Der heutige Mensch lebt durchschnittlich 70 bis 80 Jahre, übrigens nicht überall, sondern dort, wo Wohlstand ist, aber die Endlichkeit unseres Lebens steht gegenüber einer Unendlichkeit des Universums, jedenfalls von der Zeitwahrnehmung. Ist denn der Mensch mit dieser Endlichkeit überhaupt in der Lage, über Evolution, die ja über Millionen Jahre hinweg gedacht werden muss, also was wir beide uns jetzt an Vorstellungen hätten machen können über Evolution, ist ja etwas, was mindestens im sechsstelligen Jahresbereich ist. Sind wir denn da überhaupt fähig, ernsthaft über solche Zeiträume und die Konnotation nachzudenken? Es gibt viele Menschen, die das können, da sind die aber dann mit den Physikern eins, das kann man nämlich am besten mathematisch darüber nachzudenken. Wir in unserer eigenen Lebenserfahrung kennen unsere Großeltern, wenn wir viel Glück haben, vielleicht auch unsere Urgroßeltern. Wir kennen unsere Kinder, wir kennen unsere Enkelkinder. Jetzt reden wir über drei, vier Generationen. Das ist eben halt die Lebensspanne, in der wir heute sind. In dieser kurzen Zeitspanne wird, was natürliche Selektion angeht, ohne dass es richtige Krisen, zum Beispiel durch große Krankheiten gibt, wenig passieren. Das heißt, wir können den Prozess von Evolution, solange er natürlich ist, für uns nicht erfahren. Was man aber innerhalb eines Lebens des Menschen sehen kann, was wir heute nicht mehr machen müssen, ist zum Beispiel die Domestikation von Tieren und Pflanzen. Das kann man zum Teil in relativ kurzen Zeiträumen hinkriegen, aber für uns Menschen selber ist Evolution als solches nicht richtig erfahrbar. Der Gedanke der Evolution, also wir Menschen stammen, wenn wir das nochmal zusammenfassen, sowas wie vom Affen ab und gehen weiter zurück, hat ja bis heute aber auch eine Gegenbewegung oder wo Leute sagen, dies ist eine Theorie. Und eine Studie aus den Jahren 19 und 20, also eine ganz aktuelle, zeigt, dass 17 Prozent der Menschen in Deutschland, fast ein Fünftel, nicht an die Evolution glauben, sondern davon überzeugt sind, dass die Menschen und andere Lebewesen in der jetzigen Form seit Anbeginn der Zeit existieren. Wie erklärt sich eine solche Haltung und Zahl? Ich glaube, dass es für viele Menschen nett ist, dass es ihnen Komfort gibt, sich als etwas Besonderes zu sehen. Und da helfen natürlich solche Glaubenssätze. Ich glaube, was wir unterscheiden müssen, ist Glauben und Wissen. Jeder kann ja ein Glaubensgebäude haben, ob es einen Schöpfer gibt oder ähnliches. Das ist ihnen ja unbenommen. Aber die Wissenschaft verlangt, dass wir Beweise für eine Hypothese zeigen oder versuchen, eine Hypothese zu widerlegen und damit vorwärts zu kommen. Und das Tolle an Darwins Theorie der Evolution ist, dass sie geschaffen wurde als abstraktes theoretisches Konstrukt und dass seitdem, in den letzten 160 Jahren, alle Forschung, die gemacht wurde in diesem Bereich, immer nur diese Hypothese unterstützt. Das heißt, das ist für mich als Naturwissenschaftler schon fast so gut. Aber Kreationisten, auch die monotheistischen Weltreligionen, aber nicht nur die. Da gibt es ja das Bild, dass der Mensch gegenüber allen anderen Lebewesen eine besondere Stellung hat. Der Evolutionsbiologe Philipp Mitteröcker sagt, Zitat, eine Krone der Schöpfung gibt es nicht. Evolution passiert einfach, ob man will oder nicht. Das ist auch heute so. Hat er da recht? Ja, ja. Nur das Interessante ist, was uns, glaube ich, von anderen Organismen, soweit wir die bisher verstehen, unterscheidet, ist die kulturelle Evolution. Und da scheint es so zu sein, dass wenn man die kulturelle Evolution in Gang setzt, dass die dann wirklich Prozesse der Veränderung, was die Kultur bedingt, unterstützt. Also wir haben einen gemeinsamen Vorfahren mit Schimpansen. Und diese gemeinsamen Vorfahren sind, glaube ich, irgendwo bei fünf, sechs Millionen Jahren. Und jetzt kann man sich angucken, wie haben sich die Schimpansen seit dem gemeinsamen Vorfahren entwickelt und wie hat sich der Mensch entwickelt. Genetisch sind wir 95 Prozent mit Schimpansen gleich. Aber wir sehen bei den Schimpansen, und das wissen wir nicht, ob das schon vorher so war oder nicht. Aber dort sehen wir eine sehr starke sexuelle Selektion, die bei Menschen nicht so ausgeprägt ist. Wir sehen, dass, wenn man sich die DNA anguckt, die Evolution auf der genomischen Seite des Menschen langsamer verläuft als bei der Schwesterlinie. Und was wir bekommen haben, ist ein dreimal größeres Gehirn. Wobei besonders das Großhirn, die Fähigkeit des Denkens, der kognitiven Fähigkeit der Sprache und damit der Kultur das Besondere ist. Genau. Und das heißt, wenn diese Fähigkeiten wachsen, wächst auch die Möglichkeit von Kultur, die wiederum höchstwahrscheinlich dazu führt, dass wir mehr davon im Hirn haben, oder? Das mag ja sein, mehr davon im Hirn haben. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir deswegen eine konstruktivere, auch soziale Fähigkeit entwickeln. Sigmund Freud hat sehr, wie ich finde, hart formuliert, der Mensch ist nichts anderes und nichts Besseres als die Tiere. Also auch das, ob Moral dadurch mehr entwickelt ist, stellt er in Frage. In welchem Verhältnis steht denn Evolution und Moral des Menschen, was ja zur Kultur unverzichtbar dazugehört, wenn nicht sogar die Voraussetzung ist? Ja, also die natürliche Evolution, das, was auf der genetischen Ebene passiert, glaube ich, ist davon zu diesem Zeitpunkt unbenommen. Ich denke, dass solche Sachen wirklich, wo sich Kultur und natürliche Evolution wirklich treffen werden, und das erfahren wir heute, ist, wenn Krankheiten auftreten. Das kann man zum Beispiel in der Bibel sehr gut schon sehen, als wie wenn die Corona bereits vorgezeichnet hätten. Wenn man über Babylon liest, dann sieht man, dass dort viel über Unruhen, Krankheiten und ähnliches nachgedacht wird. Das ist eine interessante Geschichte, weil Babylon war die erste höchstwahrscheinlich große Weltstadt im eurasischen Raum. Und zu dem Zeitpunkt wurde der Mensch sesshaft und viele Menschen, die vielleicht außerhalb der Städte bisher gelebt haben, sind in Städte eingewandert. Und wenn man in isolierten Gemeinschaften lebt, dann kann man dort gegen bestimmte Krankheiten, die von Tieren hauptsächlich kommen, vielleicht immun sein. Bringt dann aber diese Erreger mit sich in die Städte. Das haben die Spanier in Mittel- und Südamerika super gut nachgemacht im 15., 16. Jahrhundert. Aber in Babylon ist das das erste Mal richtig dokumentiert, wie eine Einwanderung in Städte, Kriege, Krisen und Krankheiten mit sich bringt. Und das führt dann dazu, dass die Menschen sich ganz schnell anpassen müssen. Weil entweder man ist dann resistent und man kann diese Resistenz an die nächste Generation weitergeben oder man ist es nicht. Und dann passiert Evolution im Menschen relativ schnell. Da sind wir wieder, dass Evolution und Biologie wahrscheinlich sehr klar miteinander verknüpft sind. Und gleichzeitig gibt es ja für den Menschen diese furchtbar narzisstische Kränkung. Ich und der Affe, 95 Prozent, dabei bin ich doch das Beste, was es überhaupt geben kann. Nein. Die Kränkung geht doch noch viel weiter. Wir beide sind doch zu 60 Prozent mit der Tomate verwandt. Machen Sie weiter. Erzählen Sie mir. Ich hole gleich eine psychotherapeutische Beratung. Das ist doch keine Kränkung. Das ist doch eine Schenkung. Das ist doch ein Riesengeschenk, dass wir seit 3,5 Milliarden Jahren Teil einer Natur sind. Ich sehe das als Geschenk an, nicht als Kränkung. Und dass ich 60 Prozent mit der Tomate verwandt bin, die ich dann auf der Pizza esse oder mit der Sie hier die Sofas färben, ist doch toll. Ich würde gern Ihr Geschenk aufgreifen, weil Sie haben ja von der Kultur gesprochen. Die Kultur, die wir jedenfalls in den letzten hunderten Jahren entwickelt haben, ist ja, dass wir uns von dieser Natur als Geschenk und wir als ein Teil der Natur entfernt haben. Die Moderne und auch die Spätmoderne, in der wir momentan leben, geht ja jedenfalls in den großen Städten, in den kapitalistischen Institutionen und auch Gesellschaften von diesem Gedanken nicht nur weg, sondern hat überhaupt keine Beziehung mehr dazu. Ist das eines der Gründe, warum wir so nachlässig mit der Natur, die uns trägt und von der wir ein Teil sind, umgehen? Das ist eine interessante Frage. Und ich frage mich, ob das, ob diese Diktion in drei, vier Jahren, wenn wir uns über Corona richtig Gedanken gemacht haben, weiterhin gilt. Weil Corona zeigt ja, dass in dieser vernetzten, angeblich kontrollierbaren Welt alles einem Virus sich zu unterwerfen hat. Dass wir die Gesellschaft dicht machen, dass wir die Mobilität, die Globalisierung dicht machen, dass wir uns in unseren Höhlenhäusern verkriechen, dass wir das, was wir wirklich wollen, nämlich miteinander reden, nicht mehr so ausüben können, wie wir es gewohnt sind. Dass wir beide durch eine Scheibe voneinander getrennt sind. Das macht alles ein Virus, ein lebloses Stück DNA. Und wenn wir darüber nicht reflektieren, dass wir Teil der Natur sind und wie wir uns der Natur gegenüber verhalten, dass das auch bewirkt, wie die Natur in Anführungsstrichen sich uns gegenüber verhält, dann sind wir wirklich, dann haben wir wirklich eine schwere Zeit vor uns. Sie müssen sehen, dass diese riesigen Mengen von Geld, die wir jetzt ausgeben, ja, die Schulden weltweit sind um zehn Prozent gewachsen. Was sie damit alles an Natur schützen könnten, sodass dieses Einwandern von Viren und anderen schädlichen Erregern für uns Menschen in uns als Population verhindert werden könnte, das wäre ein kleiner Bruchteil von dem, was wir jetzt ausgeben, um mit den Folgen klarzukommen. Und wenn Sie das dann noch auf Klimawandel extrapolieren, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass es so viel Geld in keiner Notenbank gibt, auch wenn die Pressen heiß laufen. Dann machen wir da mal ein bisschen weiter. Umweltzerstörung. Sie sagen, ich zitiere Sie, wir schauen zu wenig auf die Tatsache, dass ein überhebliches Mensch-Natur-Verhältnis viele unserer Probleme befeuert, meist sogar verursacht. Was meinen Sie damit? Naja, wir glauben eben halt, die letzten Gebiete der Welt uns auch noch untertan machen zu können. Oder wie man jetzt in China sieht, dass man den Handel mit wilden Tieren, dass der einfach so hinzunehmen ist. Es ist aber leider so, dass wenn man Tiere, die nicht domestiziert sind, in den Speiseplan des Menschen aufnimmt, dass es dann wirklich einfach ein Zufallsspiel wird, indem man dann eben halt auch mal die rote Karte ziehen kann, indem eben halt Viren Menschen und Krankheitserreger, die sich an den Menschen anpassen können, dann dazu führen, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich ist. Und dann haben wir, was wir jetzt mit Corona haben. Und Corona, da darf man sich keine Illusionen machen, ist eine milde Krankheit in Anführungsstrichen, in Bezug auf das, was das Repertoire der Natur alles noch für uns möglicherweise im Petto hat. Schon Friedrich Engels sagte, ich zitiere, schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unserem menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Ist das ein treffendes Bild für das, was wir auch angesichts der Klimakatastrophe viele Jahrzehnte nach Friedrich Engels Zitat erleben und anzetteln? Ja, ja, das, also ich meine, die Natur hat ja keine Richtung. Die Natur will sich am Menschen ja nicht rächen. Es ist halt einfach so, dass wir diese Zufallsbegegnungen und diese Entwicklungen dadurch, dass wir immer tiefer eingreifen, praktisch ermöglichen. Ja, also Corona will keine Globalisierung stoppen oder irgendwie so etwas. Aber es passiert eben halt, weil wir uns, weil wir uns als Menschen schützen wollen. Also wir haben schon eine Hybris in uns. Es gibt ja auch durchaus Überlegungen oder jedenfalls handeln wir so, als wie wenn die Kultur die Natur und die Evolution überwinden kann. Und die letzten 200 Jahre würden durchaus sagen, dadurch, dass wir den Kampf gegen Krankheiten so erfolgreich gewonnen haben, dass wir die Sterblichkeit von Kindern, das ist ja das, was zur größeren Lebenserwartung beim Menschen kollektiv beigetragen und was ja auch dazu beigetragen hat, dass es heute fast acht Milliarden Menschen auf der Erde gibt. Sie müssen sich das überlegen. Es hat, sagen wir mal, es gibt jetzt für drei, 500.000 Jahre gibt es uns als Homo Sapiens. Wir sind ja bis praktisch 1800, sind wir ja gar nicht viel mehr geworden, sondern die Reproduktionsrate beim Menschen über die gesamte Welt lag ja bei ungefähr zwei. Selbst wenn man zehn Kinder hatte, hat ja vielleicht nur eins oder zwei überlebt, weil ja viele Menschen, bevor sie fünf Jahre alt wurden, durch Kinderkrankheiten, gegen die nicht geimpft werden konnte, sind ja gestorben. Das heißt, die Reproduktionsrate ist ja gleich geblieben. Zwei Menschen haben zwei neue Menschen produziert. Das heißt, man bleibt bei der gleichen Population und dafür waren auch die Ressourcen da. Dafür gab es genug oder gerade genug Essen. Dann hat man andere Kontinente erobert, dann hat man von dort Nutzpflanzen mitgebracht, die eine höhere Bevölkerungsdichte erlaubten, zum Beispiel die Kartoffel. Und dann hat man den Dünger eingeführt und dann hat man sanitäre Maßnahmen eingezogen. Und dann hat man verstanden, wie Krankheitserreger sich ausbreiten, zum Beispiel durch schlechte sanitäre Bedingungen. Dann wurden in der Nordhemisphäre Kanalisation, sauberes Wasser eingeführt. Und dann hat man verstanden, wie DNA funktioniert. Und dann sind wir jetzt bei acht bis neun Milliarden Menschen und dann brauchen die sehr viel Nahrung und dann braucht es eine gerechte Gesellschaft. Und dann gibt es immer mehr Fortschritt in allerkürzester Zeit. Also die Geschwindigkeit auch der Leistung des Menschen, wie Sie ihn beschreiben, in technischer Hinsicht, auch medizinischer, auch in kultureller. Und dann gibt es das auf der ungerechtesten Verteilungsebene unter diesen Milliarden Menschen. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn man auch wieder mit Kriegen, mit Bürgerkriegen, mit Aggressionen umgeht, wenn man die Analyse ihres und dann sieht, befinden wir uns gerade evolutionär und zwar jetzt wie als Menschen. Nach diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden, die wir da sind und dieser kurzen Raffzeit, die Sie gerade beschreiben, befinden wir uns gerade wieder auf einem Weg in eine Mehrbarberei als Menschen, was ja auch Natur ist. Oder befinden wir uns auf diesem zivilisatorischen Weg, den wir ja auch gegangen sein konnten und gegangen sind. Ja, also ich glaube, ein riesiger Schritt für uns war, dass wir, also erstmal der riesigste Schritt war höchstwahrscheinlich, dass wir Sprache, Kultur und gemeinsame Mythen als Menschen entwickelt haben. Dann haben wir Krankheiten besiegt. Das ist jetzt relativ, Impfen ist jetzt 300 Jahre alt oder was. Es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass das nicht hilft. Das ist was anderes. Aber 300 Jahre hat es sicherlich dazu beigetragen, dass es viele von uns mehr gibt und keiner von uns säße hier im Studio, wenn es kein Impfen gäbe, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Und jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich das Informationszeitalter. Wir sind jetzt in der Lage, mit Hilfe von Informationstechnologie und mit Genetik das erste Mal, das zu bauen, was wir glauben, was wir brauchen. Und das könnte dazu führen, dass wir zu einer weiteren Hybris kommen, der Allmächtigkeit. Gleichzeitig aber, und das macht mich als Direktor eines Naturkundemuseums und Genetiker ein bisschen traurig, hat eigentlich die Natur schon alles, was wir brauchen. Also auf der einen Seite sich die Fähigkeiten anzueignen, Natur so zu bauen, wie wir sie brauchen und gleichzeitig das, was seit 3,8 Milliarden Jahren jeden Tag auf den Prüfstand gestellt wird. Also die beste aller möglichen Welten, was die Natur angeht. Ja, 3,8 Milliarden Jahre. Das ist ein Zeitraum, den 200 Jahre Technologie in keinster Weise emulieren können. Das schmeißen wir einfach weg und zerstören wir, ohne dass wir es hier wiederhören können. Sie müssen verstehen, dass ich jetzt kurz unterbreche und die Frage stellen muss, ja warum tut der Mensch das? Ist er dann doch noch nicht entwickelt genug, also doch noch zu sehr im Affe sein? Ist die Anmutung der Kultur, der Sprache, des Wissens ermöglichens nicht ausreichend? Also überschätzen wir uns? Und ist das der Grund, warum wir unter Umständen uns mit zerstören werden? Diese Selbstüberschätzung, der wir alle Art heimfallen, birgt es mit Sicherheit in sich, dass wir die Zivilisation der Zivilisation abhanden kommen können. Das bedeutet, der Historiker Yuval Noah Harari, der geschrieben hat, ich sage es als Zitat, seit vier Milliarden Jahren bastelt die natürliche Selektion an lebenden Körpern herum und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass Hono Sapiens die letzte Stufe ist. Hat er recht? Also Evolution wird immer weiter gehen. Es ist schwer zu glauben, also die Erde, auf der Erde gibt es jetzt seit 3,8 Milliarden oder vier Milliarden Jahren Leben und die Bedingungen für Leben, die war nicht immer so gut, wie sie heute sind. Die Erde war fast einmal komplett ein Eisball. Wir sind sehr, sehr heiß gewesen als Erde durch Vulkanausbrüche und natürlichen Klimawandel und immer hat Leben überlebt und hat sich danach wieder entwickelt. Selbst wenn der Mensch alle Anstrengungen unternimmt, einen nuklearen Winter hervorruft und sonst ist etwas. Das Leben wird weiter gehen. Das heißt aber für mich gibt es nichts Höheres oder weniger Hohes, sondern es gibt einfach nur eine Entwicklung. Und wenn wir es schaffen, die Erde für uns nicht mehr bewohnbar zu machen, dann werden wir auch nicht mehr diejenigen sein, die beobachten oder beurteilen können, ob es nach uns etwas Besseres oder Schlechteres gibt. Die Umweltkatastrophe wird ja von vielen behauptet, steht bevor. Würden Sie sagen, das ist eine für Sie nachvollziehbare Behauptung? Die Erde ist ein fein balanciertes System. Und die letzten 10.000 Jahre, also seitdem wir sesshaft geworden sind, seitdem wir die ersten genetischen Manipulationen an Pflanzen vorgenommen haben, nämlich Weizen sozusagen zu züchten oder ärmer, sind dadurch geprägt, dass es ein sehr, sehr stabiles Erdklima gegeben hat. Und dieses Erdklima hat dafür gesorgt, dass von vielleicht 100 oder 200 Millionen Menschen oder 50 Millionen Menschen global wir heute bei 8 Milliarden sind. Nur ein stabiles Klima und eine funktionierende Natur mit der großen Diversität, die diese Natur trägt, kann dafür sorgen, dass so viele Menschen auf diesem Planeten leben können. Und das ist das, was wir bewahren müssen. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Das eine ist Klima. Das kann technisch höchstwahrscheinlich in den Griff bekommen. Das kriegen wir in den Griff, wenn wir das wollen. Und Harari hat jetzt gerade eine Kampagne losgetreten, dass das nur zwei Prozent des Bruttosozialproduktes kosten würde. Das wird höchstwahrscheinlich eine gute Schätzung sein. Und zwei Prozent ist ja auch das, was man in vielen Religionen zum Beispiel als Almosen zu geben hat. Das heißt also, für ein Überleben der Menschheit zwei Prozent zu geben, sollte uns allen möglich sein. Es sollte uns allen möglich sein. Aber ich habe eine Zwischenfrage, die mich in dem Zusammenhang doch triggert. Also was wir beschreiben ist ja, der Mensch ist in der Lage, sich sein Leben, wie alle anderen übrigens Lebewesen, primär so zu gestalten, dass das nicht auf Kosten anderer macht. In der Natur tötet man, tötet Tiere andere nur, wenn es um Nahrungsaufnahme geht. Nun sind wir wahrscheinlich die einzigen Lebewesen, die töten, ohne dass es ums Überleben geht. Die quälen, die foltern, die unterdrücken. Ist das eines der Probleme, dass unsere Evolutions-DNA sich nicht danach richtet, dass wir mit minimalistischen Mitteln eingreifen, um unser eigenes Überleben zu garantieren, sondern dass wir mit maximalen Eingriffen gar nicht mal mehr unser Überleben, sondern nur noch unser Leben an sich recht gestalten? Und damit Natur und andere Menschen auch uns, in Anführungsstrichen, trotz der Kultur nicht so wichtig ist, wie wir es erzählen? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und die ist leider nicht beantwortet, weil es gibt nämlich zwei Hypothesen, die zu testen wären hier. Die eine These ist, sind es die falschen Geschichten, die wir uns kollektiv erzählen? Also sind wir sozialisiert in Mythen und Denkgebäuden, die uns dann letztendlich zum Töten, Foltern, zum Exzess, zu den zehn Todsünden verleitet? Sind es unsere Geschichten? Oder sind wir als Mensch in den Momenten, in denen wir Mensch werden, zum Killer geboren? Witzigerweise einer meiner Mitarbeiter, der aus dem Libanon kommt, arbeitet genau an dieser These. Er will zeigen, ob wir sozusagen als Killer evolviert sind oder nicht. Ich würde aber, selbst wenn er das beweisen könnte, würde ich trotzdem sagen, dass die falschen Mythen, die wir uns erzählen, die falsche Sozialisierung, die falsche Idee, die wir von uns in der Welt haben oder meiner Ansicht nach die falsche Idee, nämlich die des schneller, besser, weiter, schöner, mehr, 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 dass die einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leistet, wo wir heute als Menschheit stehen. Aber dieses mehr, 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 ich will es jetzt positiv wenden, führt ja auch beispielsweise dazu, dass wir in der Medizin Fortschritte errungen haben, mehr, mehr, quantitativ, aber auch qualitativ. Und wir sind ja an einem Punkt angekommen, und das interessiert mich, wenn wir über Evolution reden, wo wir sogar heute in das Erbgut, also den Kern des Evolutionsprozesses eingreifen. Diese Art von Manipulation wird in Zukunft zunehmen. Und übrigens, man muss sagen, auch die MRN-Impfstoffe, all das hat ja damit zu tun. Aber was bedeutet es, wenn sich der Mensch also über den natürlichen Prozess, den Zufall der Evolution hinweg setzt und anfängt, an ihm zu fummeln? Dafür haben wir ja gerade in den letzten 10.000 Jahren hinreichend Beweise. Also der Hund ist, soweit wir das wissen, das erste Tier, was der Mensch domestiziert hat. Oder der Hund hat uns als Mensch domestiziert? Ist eine interessante Frage. Das war vor ungefähr 25.000 Jahren. Das ist also passiert, bevor wir sesshaft geworden sind. Die ganzen Nutzpflanzen, also die 16 Pflanzen, die uns heute 90 Prozent, 95 Prozent unserer Nahrungsmittel liefern, die sind alle domestiziert worden. Deren Erbgut ist für uns verändert worden durch uns Menschen in den letzten 10.000 Jahren, in denen wir sesshaft geworden sind. Und wir können daran bereits sehen, was wir mit der Welt machen, wenn wir genetisch die Umwelt manipulieren. Also die Frage ist zum Beispiel, haben wir die Kuh gezüchtet und domestiziert oder bestimmt die Kuh unser Verhalten heute? Dadurch, dass wir Fleisch essen wollen, bauen wir Mais an, dafür roden wir Urwald und so weiter und so weiter. Also wer domestiziert wen hier? Wer beeinflusst wen? Was jetzt der große Unterschied ist, ist, dass wir jetzt nicht mehr über Zufall und Zucht und über verschiedenste Generationen hinweg eine Kuh produzieren können, sondern wir verstehen immer mehr von Genomen. Das heißt, wir können heute sehr gezielt in das Genom eingreifen. Und zwar so, dass wir glauben, zu verstehen, welche Folgen das haben könnte. Früher ist es so gewesen, dass wenn man den falschen Organismus versucht hat, in eine Kultur einzuführen, dann ist es zum Überspringen von Krankheiten gekommen und die Kultur konnte nicht weitermachen, weil keiner überlebt hat. Heute glaubt man einfach, dass man das im Labor machen kann, weil keine Community mehr bereit sein wird, sich auf das Experiment einzulassen, morgen noch zu leben oder nicht. Also das wird eine interessante Sache. Und wir können das gar nicht verstehen, welche Folgen wir hervorrufen. Aber sie läuft ja. Also ich muss es noch mal ein bisschen mit Ihnen vertiefen. Evolutionäre Veränderungen der DNA dauern ja normalerweise bei Organismen, wie wir festgestellt haben, ich sag mal Ewigkeiten. Jetzt gehen wir dran und es geht schnell, schneller, vielleicht sogar am schnellsten. Das heißt, der Zeitrahmen, den wir normalerweise in der Natur haben, verkürzt sich dramatisch. Aber nur für die Veränderung, nicht für die Auswirkungen. Genau, aber diese Veränderung wird ja gemacht. Ja, aber nicht für die Auswirkungen. Das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen ja heute nicht, wenn man heute ganz gezielt in das Genom des Menschen eingreift und vielleicht bestimmte Krankheiten oder dass man für bestimmte Krankheiten empfänglich ist, rausnimmt. Das hilft vielleicht jetzt den nächsten zwei, drei Generationen. Nur es ist eben halt so, dass das, was im Genom vorhanden ist, diese große Variabilität, dass die uns ab und an durch König Zufall ermöglicht, uns an Sachen anzupassen, die wir gar nicht vorausgesehen haben. Das heißt, wenn wir eine homogene Menschheit schaffen würden, wie wir eben halt zum Beispiel homogene Nutzpflanzen geschaffen haben, dann kann ein neuer Pilz, ein neuer Krankheitserreger ganz, ganz schnell dadurch flitzen und alles zerstören. Die größte Erfindung in der Natur ist die Erfindung von Sex. Und die Erfindung von Sex, soweit wir das heute als Hypothese aufstellen können, ist eine Antwort auf die größte Umweltkatastrophe, die es bisher je im Leben gegeben hat. Nämlich, dass Photosynthese entstanden ist. Und Photosynthese hat Sauerstoff freigesetzt. Und vorher war der Sauerstoffgehalten der Atmosphäre vor 500 Millionen Jahren sehr gering. Und Sauerstoff ist ein superaggressives Gas. Und mit einem Mal mussten sich Organismen ganz schnell anpassen. Die hatten vorher höchstwahrscheinlich einfach ihr Genom direkt weitergegeben. Ohne Sex. Ohne eine Rekombination. Und mit einem Mal war dieses Gas da, was dir die Zellen und das Leben zerstörte. Und da war der einzige Ausweg, sich zu rekombinieren, um zu schauen, ob es neue Möglichkeiten gibt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und so müssen wir auch ungefähr uns heute sehen. Wenn wir sozusagen Sex rückgängig machen, wenn wir glauben, dass ein Herr Friedmann so perfekt ist, dass wir nur noch Herrn Friedmann auf der Welt haben wollen, dann ist das für Sie und Ihre Nachkommen für eine kurze Zeit sicherlich schön. Aber Sie tragen irgendwas in sich, dass, wenn sich die Umwelt verändert, es für Sie und Ihre Nachkommen, wenn Sie alle Klone sind, schwierig werden könnte. Es ist ein wichtiger Prozess, dass wir Prozesse, die stattfinden, sehr retardiert wahrnehmen können als Menschen. Und erleben wir aber, dass ein Teil der Welt aufgrund eben dieses Verhaltens, das wir die ganze Zeit schon reflektieren, nicht nur in Armut lebt, sondern diese Armut auch geschuldet ist, dass die Lebensbedingungen, also die Natur, in der diese Menschen leben, sich in einer Art und Weise so verändert haben, dass man verhungert, dass man verdurstet, dass es überhaupt keine Perspektiven gibt, in den nächsten ein, zwei Generationen für diese Menschen den Zustand der Natur wieder zu verändern. Daraus entstehen dann Bewegungen wie Fluchtbewegungen und andere Dinge. Es scheint so, als ob wir aus der Evolution heraus nicht die Instrumente gelernt haben, das, was wir zerstören, mit konstruktiven und auch solidarischen Mitteln so wieder zu kompensieren, dass wir die Ungerechtigkeit, die wir hervorrufen, in gerechte Prozesse umwandeln. Warum sind wir evolutionär da so unterentwickelt? Ja, das kann ich nur unterstreichen, was Sie da sagen. Das Perverse ist, es gibt ja genügend Nahrungsmittel auf der Erde, die jedes Jahr produziert werden. Wir sind als Erde seit vielen Jahren Nahrungsmittel produktiv positiv. Und trotzdem ist es so ungleich verteilt, dass viele Menschen hungern und verdursten müssen. Und das zeigt, dass wir vielleicht noch nicht kollektiv den Stand von Bewusstsein erreicht haben, der es am Ende allen Menschen möglich machen würde, auf dieser Erde gut zu überleben. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns jetzt ganz verstärkt kollektiv, glaube ich, stellen müssen. Und gerade in der Nordhemisphäre ist das, wo der Klimawandel verursacht wird, wo die Welt im wahrsten Sinne des Wortes gefressen wird. Und das heißt, wir müssen uns an unsere eigene Nase packen und sehen, wie wir ein anderes Bewusstsein oder ein anderes Verhalten hinkriegen. Und das wird nur über Handeln gehen und über Aktion und nicht über Hoffnung. Wenn ich allerdings jetzt Evolution und Zeiträume nehme, ist ein solcher Anspruch in einem Menschenleben kaum zu leisten. Also die Frage dieser sozialen Gerechtigkeit, die Frage der Naturgerechtigkeit, die Frage der globalen Gerechtigkeit. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich als Menschen, um das zu erreichen, bevor wir als Menschen kollektiv hier gar nicht mehr existieren werden? Oder nur in Kriegen und in Hungersnöten, die weit über die Urregion hinausgeht? Das ist eine gute Frage. Da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Berechnungen. Aber wenn man davon ausgeht, dass die neuesten Berechnungen zeigen, dass zum Ende dieses Jahrhunderts die Erderwärmung bei über zwei Grad liegen soll, dann sind es jetzt die nächsten 50 Jahre, in denen das passieren muss. Das heißt, es wird, ich meine, dass das Fridays for Future global auf die Straße gehen, die jungen Menschen, die 16- bis 25-Jährigen, ist sehr, sehr verständlich. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass auch Menschen unseres Alters von diesen, auch in der Nordhemisphäre, von diesen Entwicklungen nicht verschont bleiben werden. Also wir sollten uns vielleicht mit den jungen Menschen da solidarisieren. Denn wenn man auf einem Ding ist, was rund ist und was sich Erde nennt, dann sind wir alle in einem Boot. Aber jetzt erschrecke ich ein wenig, weil Ihre Zahl 50 Jahre ist, nachdem ich mich mit Evolution beschäftigt habe, ja nicht einmal ein Augenklimper. Das ist natürliche Evolution. Es geht ja jetzt hier um eine kulturelle Veränderung. Aber wir müssen ja kulturell lernen, dass wir diese Aufgabe nicht mehr im Reden oder in der Planung, sondern im Handeln umsetzen. Was immer bedeutet, Nachteile. Erst einmal. Nein, 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 Vorteile, Vorteile. Ich würde ein gerechtes, gleichverteiltes, gutes Leben für alle, würde ich als riesigen Vorteil sehen. Da sind wir wieder dabei, welche Mythen erzählen wir uns, welche Geschichten erzählen wir uns und wie wollen wir mit und nach diesen Geschichten und Mythen und Mythen leben. Und kulturelle Evolution kann da zum Glück schnell arbeiten. Natürliche Evolution sehr langsam, kulturelle Evolution sehr schnell. Und da wir glauben, dass wir ein Kulturwesen sind, sollte sich diese Kultur bitte schön ändern. Ich nehme mal Ihren Optimismus an und stelle mir eine Frage der weiten Perspektive. Was kommt nach dem Menschen an noch kulturellerer, an noch stärkerer, an noch perfektere oder der Chance eines Besseren auf dieser Welt? Naja, mein Freund Martin Ries sagt ja, dass wir uns zu elektronischen Wesen entwickeln und dann irgendwie als Einsen und Nullen das Weltall erobern. Also das ist für mich so unerträglich. Aber das ist auch eine Fantasie, die man haben kann. Ich weiß, keiner weiß, wo es mit uns hingeht. Ich glaube, dass wir als Menschen doch eigentlich recht froh sind, so wie wir sind. Wir laufen aufrecht, wir leben relativ lange, wir haben die Möglichkeit, Enkelkinder und Kinder großzuziehen. Das ist doch schon mal eine tolle Möglichkeit, die vielen Generationen vor uns verwehrt war. Und ich denke, das ist ein hohes Gut, was wir alle verteidigen sollten. Und dann bleiben wir doch vielleicht so, wie wir sind. Aber bitte global, sozial gerecht. Also mit diesem Kulturoptimismus muss man eine Sendung beenden. Herr Vogel, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke schön. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank.